hallo ich mache jetzt schon kurz weil mein letztes wieder habe ich richtig gefällt ja es hat jetzt schnell mich zeigen ich habe keinen richtigen account minecraft account sonst ich kenne ich kenne niemand wo mir oder ja ein schweizer kollege ist mal so blöd gewesen und hat mir die die mein Lieblings Mannschaft account gehackt und hat gehalten nur sieben 1 q jetzt bin ich einfach die in der hat Mords installiert kein Bock gehabt ich gehe mal wie hier mit dem Knochen Ramm und Blablabla Gold also solche Sachen wir sind hier im Team sechs Personen ich Pascal so der Solo erster 9 erster 1000 oder er das erste Fabian gleich Fabian Dr. Steve gleich Steve René Logitech mit einer bin ich nicht sicher unter anderem vielleicht auch nicht bisschen aber zu viel vielleicht kommen die anderen noch oder auch nicht ja ein kleines Haus sieht er noch ausgebessert ja wenn wir Minimum sind wir zu dritt ein Let's Play machen nur ich, mein Freund und mein anderer Freund vielleicht ja was kann ich noch weiter erzählen ich hab schon eigentlich alles erzählt was ich gesagt wollte ach genau mein Freund der Steve nicht richtig ein Name aber man sollte ihn so nennen wenn ich mein neue PC habe ich bin noch einer meiner uralten PC ja oder ja nur meinen uralten PC wenn ich den wenn ich meine neue PC bekomme dann ist die Qualität auch ein bisschen besser weil hier leckt ein bisschen jetzt nicht mehr vorne ich habe es aber geleckt hau ja sie gerade schauen klein noch mal so mit dem kann man so rumfahren wie die es ich erkläre euch dann meine Mods wie man die installiert ach genau ich will euch noch sagen flammt uns bitte nicht wenn wir das das ist ok das ist nicht mein erstes Mal ich habe früher auch wollen Videos machen aber dann ist habe ich immer vergessen hochzuladen und dann ist nicht mehr das verleidet aber diese Folge lasse ich direkt hoch wenn ich den habe ungefähr vielleicht nämlich von mir hört man jetzt gerade noch nichts sondern von meinen Freunden hört man schon eher Let's Shows vom Server oder so und aus dem wird dann auch ein Let's Show werden werden also tschüss bis zum nächsten Mal wünscht euch HD Block Master oder und Solo wenn ich verabschiede mich jetzt so wie Piz mit der Hardy wir sehen uns dann wieder wenn es heißt Minecraft Pascal Miau miau Chesikovski Untertitelung des ZDF, 2020